Hallo Schalker, hier ist euer Abi, diesmal alleine im Auto. Jetzt stehe ich noch, aber ich fahre gleich los mit meinem schönen blauen Kia. Und wollte eigentlich ganz kurz mit euch mal besprechen das Spiel in der Schweiz. Es war jetzt nicht so berauschend gewesen, wie man sich da gehofft hat, dass man da schon einiges sieht vom Trainer. Aber wie gesagt, das war natürlich nicht zu erwarten, weil wenn man die Mannschaftsaufstellung gesehen hat, da konnte man eigentlich nur mit rechnen, dass es eigentlich kein gutes Spiel wird. Und ja, außer Paul Seguin, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat, dann noch Tempelmann, der viel gelaufen ist. Ja, all die noch auf der rechten Seite sahen ein bisschen aus nachher, als wenn er aus der Grube gekommen ist, sein Trikot. Aber sonst habe ich da eigentlich wenig gesehen und wenn wir ein 4-3-3 spielen wollen, da fehlen uns einfach diese Außenstürmer. Und ich weiß nicht, ob das System unbedingt dann bei uns passt. Also so ist mir das aufgefallen. Ich persönlich fand das Spiel jetzt auch nicht gut. Aber wie gesagt, man muss abwarten, was jetzt in Hannover passiert. Und ja, eine schöne Überraschung gab es natürlich schon wieder im Fußballgeschäft, dass der Kloppo wieder zurückgekommen ist. Er ist nach Leipzig und Leipzig ist sicherlich eine gute Adresse, die er sich da genommen hat. Aber ich glaube, er will ja nicht als Trainer arbeiten, sondern er will Leuten was beibringen und, und, und. Und da hat er ja gute Möglichkeiten, weil Leipzig hat ja sieben Vereine da, so weltweit, wo er und seine Frau natürlich auch reisen kann. Und ich finde es trotzdem klasse, dass er wieder da ist. Das ist ein Junge, der richtige Ahnung vom Fußball hat. Und ja, also Kloppo, ich kann dir nur sagen, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Jetzt würde ich gerne nochmal was zu Hannover sagen, zu unserem Verein. Also Hannover 96 wird sicherlich eine schwere Kiste, das muss man sagen, weil Hannover ist zu Hause doch sehr stark. Trotzdem glaube ich, wenn wir die richtige Mannschaftsaufstellung finden, und die müssten wir auch diese Woche ganz schnell im Training finden, dann würde ich sagen, haben wir auch eine Chance, in Hannover mindestens einen Punkt zu holen. Wäre natürlich geil, wenn wir da gewinnen würden. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, in Hannover was zu holen. Aber trotzdem, Punkt ist immer drin. Also wir haben öfter da schon mal Punkte geholt. Und warum sollen wir das nicht in diesem Jahr auch holen? Also wie gesagt, eine kurze Info nur. Ich wollte mich einfach nur mal melden. Diesmal bin ich im Kehr alleine. Fahre jetzt auch los. Ich bin jetzt, quasi stehe jetzt, aber ich muss jetzt auch mal fahren. Also vielen Dank. Und ich würde sagen, Glück auf. Ciao. Ciao.